Guck mal, Boateng ist ja ziemlich erfahren und hat besonders viele Titel bisher in seiner Lauchbahn. Alaba geht bald weg. Die These passt irgendwie. Er ist ein Murang. Wünsch mir Glück. Tue ich definitiv. Komm. Und ich habe wieder kein Fell erhalten. Das ist der dritte, den ich getötet habe. Ich bekomme nichts. Was ist denn das? Ja, ich habe einen Murang, Juhu. Setzt du Fertigkeiten ein, um ihn zu töten? Ne, das kriege ich innerhalb von fünf Schlägen weg. Ja, genau. So viele fünf Schläge. Ich habe ein guterhaltenes Fell erbeutet. Ey, willst du mich verarschen? Das war mein erster. Weißt du, auf welchem Channel bist du? Weiß ich jetzt gerade nicht. Es steht oben. Da steht Germania, unter der Minimappe. Äh, sieben. Dann gehe ich mal eben jetzt auf Channel 6. Um zu gucken, ob hier direkt der Murang respawnt. Das könnte nämlich sein. Aber das ist echt ein Witz. Ich habe drei Murangs getötet. Drei. Und du kriegst aus dem ersten, den du tötest, gleich ein Fell. Meine Erfahrung ist, dass man bei den Murangs immer Fell bekommt. Aber gut, vielleicht hat sie sich geändert. Du bekommst deswegen keins. Und ich hatte halt Glück beim ersten. Keine Ahnung. Ich kann da leider echt wenig zu sagen. Das ist halt echt frustriert. Das ist halt echt frustriert. Ja. Ja, ich suche gerade meinen zweiten. Ohne Wenz, Channel 7 leckt mich. Ich gehe jetzt auf irgendeinen anderen Channel. Ich gehe jetzt mal da hin. Auf Channel 9. Hey, come on. Bitte lasst mich doch erst mal einen Fell bekommen. Erst mal einen. Dann sage ich auch nichts. Aber ich habe drei getötet. Kein Fell bekommen. Weißer Tiger. Ja, okay. Ja, direkt hier auf den Weg willst du die verraschen. Das Gute ist, weißt du, wo du viele Fähnchen bekommst? In den Steinen. Fällt mir gerade auf. Also hier sind gerade drei weiße Tiger, die mir den Weg versperren. Ja, die bekommst du hin. Mach einfach mal. Ne, ich reite jetzt einfach da oben herum. Tschüss. Und, worauf reite ich zu? Willst du raten? Äh, weißer Tiger. Ja, geil. Ne, auf einen Murang. Oh nein, aber weiße Tiger fangen wir immer noch. Ja, die schaffst du, setz deine Fertigkeiten ein. Ja, ich warte mal kurz, weil die sind zwar jetzt hier der Nähe, aber die sind weit weg. Warte tatsächlich mal eben kurz. Ah, könnt ihr nicht weg, bitte, weiße Tiger? Boah, jetzt sind da diese blöden weißen Tiger. Warte mal, bis der Murang irgendwie weiter weg ist. Und vielleicht eher zu mir kommt. Komm, ich mach jetzt mal eben. Oh ja, der weiß, der Murang kommt zu mir, komm. Puh, das ist alles hier. Ja, ich hab ein Fell bekommen. Jawohl. Nummer eins. Nice. Okay, damit ist das erste bekommen. Das ist sehr gut. Ja. Junge, jetzt kommt die Taktik schlicht hin. Ausloggen. Und auf die anderen Surfen. So, sehr geil, ein Breitschwert bekommen. Breity wird es liebevoll genannt. Und vor meiner Nase respawnt plötzlich ein hungriger Tiger. Das bedeutet, die Quest habe ich auch gleich fertig. So, gleich. Kurze Frage, auf welchem Channel bist du nochmal? Sechs. Ja. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Was bin ich für lucky? Oh, mein Gott, bin ich... Oh, nein, 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 nein. So. Moment, hier kurz. Wohin locken? Kommt hierher. Kommt. Kommt. Ach, komm doch her. Jetzt will ich die weißen Tiger machen und jetzt sauen die vor mir ab. Was hat denn zu dem Sinneswandel geführt, dass du die jetzt machen? Aber, ich habe hier was gefunden. Oh, komm bitte. Komm. Und Feld Nummer 2. Oh, du, Glückspilz du. Jetzt kann ich Glückspilz nennen, ja? Und jetzt wieder auf 19. Hilfst du das bei dir, ja? Scheinbar ein bisschen. Wurde es gut. Okay. Du hast gesagt, Channel 1 stark besucht. Ich gehe jetzt mal Risiko auf Channel 2. Ja, gut, aber ja. Ja, klar, ja. Und ich wette, ich finde, innerhalb von fünf Minuten wieder ein... Oh, du hast jetzt zwei Fälle, ja? Sehr gerne. Meine Güte, da muss ich jetzt mal reinklotzen. Channel 4, äh, 2 habe ich kein Glück. Versuchen wir es mal auf Channel 3. Ich habe einen Skrofa gefunden. Auf Channel 3. Versuche ich ihn irgendwann mal. Ey, ich mache hier die Channel Tricks. Ich habe jetzt schon zwei Fälle. Aber leider nicht. Eben jetzt auf Channel 2. Mithin der Schlacht und... Oh, Tigris und verfluchte weiße Tiger, jo. Soll ich die versuchen? Tigris oder was? Noch besser als Lykos. Musst du wissen. Ne, ich versuche es nicht. Ich folge lieber meiner Murank-Aufgabe, damit der liebe Biologe sein Geschenk bekommt. Na, aber ich glaube nicht, dass wir es heute noch hinkriegen, oder? Was glaubst du? Bezweifle ich auch. Ja, leider. Leider, leider. Ja, wer weiß, ne, wenn man in den Flow kommt. Ich weiß, dass ich einmal relativ schnell die Murank-Fälle hatte. Also das wäre ganz erstaunlich. Okay, ich habe ja zwei. Hm. So, so, so. Murank! Jawohl! Jawohl! Du bist meiner! Komm, Fälle Nummer 3! Und, Fälle Nummer 3! Jawohl! Okay, Channel. Ja, sehr geil, Glückwunsch. Channel wieder wechseln. Ich war jetzt auf Channel 3, okay. Das ist so geil, Mann. Okay, wir gehen jetzt auf Channel Nummer 4. Ich habe aktuell drei. Mir fehlen also noch zwei Fälle. Es wäre echt geil, wenn ich die noch finden würde. Mir fehlt jeglicher Funken Hoffnung. Oh, oh. Oh, Mädchen, der Schwerzlevel 25. Ach so, ich habe gerade was für einen Murank gefunden. Oh, das bringt mich wieder in Versuchung. Den muss ich mir snacken. Wissen nicht auch eher rumreiten und immer nach Muranks suchen? Ja, aber wenn man so einen Mädchenstein hat, dann lehnt man das nicht ab. Im letzten habe ich ein Aura der Schwerzfertigkeit bekommen. Vergesst das nicht. Das hat einen Wert von einer Million. Und das brauche ich, weil... Eine Million? Mindestens eine Million. Also eigentlich ist das verdammt hochdotiert. Ja, es ist eben, wenn man früh es hinbekommt, Mädchensteine zu zerstören, die eben weit über dem eigenen Level sind, dann bekommt man richtig gute Gegenstände. Ja. Und auch relativ viel Kohle. Ja, das sind ja alles wichtige Faktoren. Ja, Level 25 will ich tatsächlich noch nicht machen. Level 20 oder was? Level 25. Level 25, so meinst du das. Ja, ja. Ja, nee, das ist natürlich auch ein bisschen... Oh, das würde ich auch nicht schaffen, nee. Aber machst du doch. Achso, Entschuldigung, äh... Nee, habe ich auch schon gesagt. Ja, ich war so ein bisschen... Ich bin jetzt gerade durch den Mädchenstein abgelenkt, Entschuldigung. Oh Mann, da kommt ein Level 15er, Idiot, Mann. Dann nimm mir wieder den Stein weg, ey. So ein Assi. Ja, super. Das hat der Kerl natürlich echt toll hinbekommen. Aber alles meine Gegenstände... Nein, 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 der bekommt den Stein, der Idiot. Ey, 5 vor 12, ne? Ey, der Macker regt mich auf. Der nimmt mir meinen Stein und bekommt dann noch den Stein des Durchbruchs. Sag mal, welches Buch. Ah, der will mit mir handeln, geil. Okay, warte mal. Warte mal. Auf welchem Channel bist du noch mal? Warte mal kurz, ich bin... Warte mal, der handelt mit mir, geil, ey. Channel 6. Der will von mir... Entschuldigung, ich bin so verwirrt, weil das jetzt gerade echt aufregend ist hier. Ich kann dir mal kurz ein Foto schicken von dem Handel hier. Ja, ich mach mal. Kannst ja schreiben, ist auf YouTube. So, warte mal. Ja, vielleicht mach ich jetzt auch... Das Dumme ist halt natürlich, ich hab jetzt keine Ahnung von den aktuellen Marktpreisen. Ähm, vielleicht ist es eigentlich mehr wert. Schreib mal auf der Karte, wo du bist. Warte mal kurz, ich guck mal hier. Ähm, also Channel 6, ähm, oben sind sieben Fähnchen, das mittlere Weiße, ne? Leeres Land steht da, wenn du auf das Fähnchen gehst. Ja. In der Nähe bin ich. Ich sag erstmal in der Nähe, komm da in die Nähe, dann gucken wir weiter. Okay. Also ich muss jetzt warten, er holt gerade seinen anderen Charakter, weil er hier keine Kohle hat. Dann, so wie es scheint, bin ich bald um 1,5 Millionen reicher. Als ob du so viel Geld bekommst. Das Dumme ist natürlich, äh, Aura des Schwärzes ist ein seltenes Buch und vielleicht, wie gesagt, hab ich keine Ahnung von den Marktpreisen und vielleicht ist es eigentlich 5 Millionen wert, ne? Ich weiß es nicht. Früher war es so 1 bis 2 Millionen, das weiß ich. Ich hab jetzt gesagt 1,5, weil wäre für mich für den Start auch okay. Das Dumme ist natürlich, ich brauch's im Prinzip selbst, ne? Ja. Weil bald, ich hab schon Aura des Schwärzes auf 11, so das scheint er zu sein. Lippinger ist ein Minja. Okay, okay, die ganze Zeit nach Murangs. Starker Körper. Murang, nice. Komm, bitte Nummer 4. Ich lass Ihnen jetzt mal einen Vorschlag geben. Nummer 4. Oliver, ich hab Nummer 4. Hier, guck mal. Warte. Hier, Oliver, der Händler. Der Händler, der Händler. Der Händler. Der Händler. Ja, jetzt hab ich dich gehört. Und ich zeig dir jetzt mal meinen neuen Kontostand. Als ob du 1,5 jetzt hast. Junge. Was bist du für ein Lacker? Ja, genau. Ja, genau. Ja, Junge. Hier, Leute. Ich hätte 200.000 mehr haben können, aber ich hab dem bei dem Kerl nicht zugeschlagen. Und ich seh, ah nee, ich brauch einen hungrigen Schwarzbären und nicht hungrigen Prisselbeeren. Ja, das nennt man natürlich minimalen Erfolg. Minimalen Erfolg, ey. Daniel, aber ich kann dir sagen, du wirst auch davon profitieren, keine Sorge. Ja, das ist eben das, weißt du, ich hab das bekommen, nur weil ich mit Level 17 vorhin die beiden 25er Steine geschlagen hab, ne? Ja, also das ist auch das, was ich dir empfehle, weil leider bekommt man auch nur passende, ähm, passende... Ja, was? Hallo. Hallo, ja. Achso, ja, so meinst du das, ja. Du bekommst auch wirklich nur Ninja-Fertigkeitsbücher, wenn du die selbst farmst, ne? Ja, okay. In der Regel, ne, von daher. So, wo finde ich hier Murangs, Daniel? Du bist der Murang-Experte. Du hast jetzt schon vier Stück, ne? Ja, du musst hier die ganze Zeit einfach nur die Straße auf und ab. Also auf der linken Seite, komplett linke Seite, immer auf der Karte. Warte mal, warte mal kurz, ich muss sie noch mal finden. So, hier meinst du hier lang, ne? Ja, und dann einfach so gesehen, wenn du ja die Karte auf hast, ähm, weil wir sind ja jetzt ja nicht ganz, äh, links. Links, sechste. Aber immer linke Seite. Warum stand hier denn irgendwas? Warum hat man gar nichts verschlossen? Bei mir stand hier was mit Pavard. Jetzt steht hier aber vergebener Elfmeter-Rocker. Jetzt steht hier bei mir vergebener Elfmeter. Ja, gut, dann jetzt halt, ja. Oh, oh, das heißt, wenn Kiel jetzt trifft. Jetzt haben die den Matchball auf dem Fuß. Es sei denn, die verarschen dich wieder, weil Pavard hier gar nichts verschossen hat, du. Murang. Ich habe hier als Bayerns Elfmeter-Schüssen alle erfolgreich. Lewandowski, Kimmich, Müller, Alaba und Kroker. Bartels trifft für Kiel, Spielende. Ja, gut, das kann sein, das ist jetzt, ja genau, ne, jetzt, äh, dann steht's wahrscheinlich fünf, vier, ne? Oh, du hast ein gut erhaltenes Fälle erhalten, ich hab's. Was? Ich hab alle Fälle. Das ist geil, Glückwunsch. Boah, ich hab'n Murang gefunden, aber kein Fell bekommen. Äh. Bin ich. Naja, deswegen bin ich jetzt auf, äh, Channel 8. Channel, Channel 8, naja, keine 8. Machst meinen Trick. Hm? Machst meinen Trick, Alse.